Herzlich willkommen zurück zu Vanalla Hills. Wir sind immer noch auf der Suche nach Eisen zum Opfern und wir opfern bereits fleißig Getreide. Ich hoffe der hat hier noch irgendwo, aber wird schon passen. Ich glaube der Klaut soll es hier raus. Bier ist eh noch da. Bier ist eh genug da. Ja so ein paar Dinge kann das Spiel ja echt noch besser machen. Aber ja das wird schon. Es macht auf jeden Fall Spaß so wie es ist. Kann man einfach mal ein bisschen die Landschaft genießen hier. Mal ein Panning View. Das sieht schon episch aus. Kann man schon so sagen. Und ja das hat nicht ruckelt. Die Führung mit dem Pfeiltasten ist noch ein bisschen, was heißt Pfeiltasten wie ASD ist ein bisschen schwierig. Da hinten der Vulkan. Kann leider nicht langsamer hin und her. Ich würde jetzt hier echt gerne so eine langsame Kamerafahrt machen. Aber ist nicht. Ja. Hat was. Reicht. Das wird eben noch ganz anders. Hier ist Gold. Das kannst du behalten. Das brauche ich nicht. Vier von zehn. Ja. Sonst müssen wir den einen echt fighten. Äh. Abbruch. Und. Opfer mal für den hier. Zehn Bretter sollten machbar sein. Hier ist noch Yald, Yald, Yald. Der hat da nichts. Der hat hier auch nichts. Na. Ich kann das hier beide nicht anklicken jetzt. Den haben wir Schlagwort nochmal nach ab. Äh. Guck mal hier hinter. Und du. Guckst mal hier hoch. Oh. Fünfter Kurier. Wie viele Kuriere gibt es denn hier? Was soll ich denn mit so viel Kurieren ey? Und du. Guckst noch höher. Du musst doch einmal mal noch ein bisschen eisenheben hier. Kann noch nicht sein. Wie ist ein Berg? Eisenherzgefunden. Der hat Eisenherzgefunden. Gut hier. Verschwinde. Verschwinde. Äh. Hier drauf. Fertig. Fertig. Und. Noch ein Lager. Noch ein großes Lager hier hin. Ich hoffe nur, dass die hier paar Bären sammeln und ein bisschen Flech. Opferung starten. Die anderen Beten Opferung haben wir abgeschlossen. Oder eine der Opferung haben wir abgeschlossen. Irgendwer hat noch Eisenerz gefunden. Ah. Hier oben. Das ist auch noch Eisenerz. Aber. Ist jetzt egal. Halt. Weg damit. Brauche ich nicht mehr. Äh. Wo wollt ihr jetzt hin? Mach unbedingt das Brett da oben holen. Ich robb dir mal noch ein Stückchen Weg weg. Die laufen mir einfach viel zu weit. Sollt ihr denn hier oben schlafen gehen? Ich muss echt die Wege wieder abreißen. Sonst laufen die dir bis sonst wohin. Gut. Rechts. Sollen die Mine fertig bauen. Das Lager. Da soll ich hier genau ein paar Pilze rein. Ein paar Bären rein. Mit dir hier oben was zu essen haben. Und hier sollte dann gleich das Eisenerz auch von was da oben gefördert werden. Das klingt doch gut. Anders als bei Siedlern müssen die auch nicht essen. Und von daher scheint das so zu passen. Kleines Stück runtergegangen hier mit dem Mikrofon. Und da warten wir. Die Kuh die plögt. Jetzt könnte da echt mal einer anfangen hier was zu arbeiten. Ah so. Da hatte ich Durst. Und zwar reichlich. Ähm. Nein. Jetzt finden die da tatsächlich auch Gold. Ihr sollt Eisen finden du. Nicht Gold. Was soll ich denn mit Gold? Braucht kein Mensch. Eins von zehn. Ähm. Hier unten. Äh. Kommt da wahrscheinlich nicht hin. Hier in das Eisen. Keine Opferung mehr möglich. Okay. Zack. Gib mir die Rohstoffe wieder. Und dann machst du ja mal wieder ein bisschen Ordnung. Das sieht ja aus hier du. Meine Fresse weg damit. Weg damit. Ich hätte gerne noch eine einfache Möglichkeit das zu machen als hier immer. 800 mal klicken zu müssen. Aber Shortcut scheint es hierfür nicht zu geben. Guckt euch das an hier unten. Der ganze Apfel. Gibt nicht mal Eisen wieder vom Amboss. Wollen wir es hier ab und vom Bogenmacher wieder. Ja hier das Stückchen will ich kann. Äh. Der der Opfer mache ich für meine Straße wieder schön sauber. So. Ja das ist okay. So können wir es lassen. Ja und dieses Mal hat man gar nicht so große Probleme mit irgendwelchen Nahrungsmittelknappheiten. Muss ich sagen. Jetzt hat der Hunger. Aber hier ist Fleisch drin. Hier sind Pilze drin. Hier ist alles drin. Fünf haben sie schon rausgeholt. Sechs haben sie schon rausgeholt. Wo will er denn nur hin? Ach da hoch zum Schlafen. Ja dann gönne ich euch mal noch ein riesen Wohnhaus hier unten. Na die Bären will ich eigentlich nicht kaputt machen. Hier könnt ihr pennen. Braucht zwar wahrscheinlich noch eine Stunde. Wahrscheinlich ist das hier schneller erledigt als das Haus fertig ist. Aber ich habe es versucht. Oh. Irgendwer ist arbeitslos. Der Steinbrecher. Ja. Die lassen wir mal noch. Weil wir haben eigentlich überall Steine in den Lagern. Ja. Easy. Sollen wir nicht vermeckern. Die ersten Rohstoffe sind hier fertig. Da kommt noch. Ne das war Steine. Da kommt der Brett. Auch der Brett. Haben wir auch immer keine Steine. Hä? Wieso ist in dem Jäger die ganze Kaputte gegangen? Irgendwann können die hier oben wohnen und müssen nicht bis da hoch laufen zum Penn. So zehn haben wir schon rausgeholt. Aber achte sind hier erst angekommen. Neune. Aber weil der immer hoch muss die holen. Ah ja die liegen noch hier rum. Gut. Und damit sind wir hier mit der Map fertig. Auf geht's. Oh. Wieso habe ich das Geräusch nur auf dem Rechner. Ist ja furchtbar. Götterzahn 5 und der fünfte Kurier. Und Pause. Ganz kurz gucken was die Map so zu bieten hat. Hier auch schon mal keine Feinde. Wölfe. Bären. Bären. Also erstmal links den Bären weg machen. Nach rechts ja auch nicht so sehr ausbreiten. Hier Holz produzieren. Mehr da ja auch nicht machen. In dem Wald selber haben wir erstmal nichts. Na es ist aber auch. Nichts allzu schlimmes. Dann um die Wölfe kümmern. Also um den Bär kümmern. Um die Wölfe kümmern. Um die Wölfe kümmern. Hier kommen wir fischen. Kleines Dorf. Portal. Wie machen wir es? Wie machen wir es? Wir machen es erstmal wie folgt. Hier unten. Ja so will ich eigentlich auch nicht gehen. Kommt wieder zwei Holzfäller hin. Oder vielleicht. Mach mal die mal nicht ganz so nah zusammen. Dann versuchen wir es mal so hier. Und dann hier hin. Hier hin. Hier hin. Weiß nicht das hat sich irgendwie angeboten mit dem ringsherum. Dann kriegen die Holzfäller hier eine Forstschule in die Richtung. Eine Forstschule in die Richtung. Dann machen wir es mal hier hin. Und zwei Hackelkletzer. Und mehr. Erstmal nicht. Ihr wisst ja wie schwierig das ist mit dem Start jetzt hier auszukommen. Dann machen sie ja noch mehr Fehler. Dann haben sie ja schon mal alles gebaut. Aber nicht die Holzfäller. Jetzt fangen sie wieder an beiden gleichzeitig anzubauen. Oh ich habe bloß noch zwei Holz. Das könnte echt knapp hören. Oh ne sie haben erstmal ein Fertig gebaut. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Das dürfte ja. Wow. Wie viele Namen das einfach verbraucht wenn die ein bisschen Holzfäller. Okay. Oh hab ich denn überhaupt Steine hier. Ein paar. Das wäre der Holzfäller. Dann hier hin Steinbruch. Gut. Und dann hier eine Fischerhütte. Hier eine Fischerhütte. Drehe ich das mal? Hier noch ein Jägersmann. Und oh. Da brauche ich auch schon eine neue Wikinger. Da verschwinde mal du. Blödes Fenster ey. Das soll man nach Hause gehen. Hier so eine kleine Wohnhütte. Hier so eine kleine Wohnhütte. Und meinetwegen hier so eine kleine Wohnhütte. Gut. Aufdrehe ohne Ende. Schauen wir mal wie das jetzt hier voran geht am Anfang. Ich hoffe nur der macht da drüben nicht all zu viel Terror mit dem Wald. Dass er da ein bisschen was übrig lässt. Ein paar neue Wikinger. Die können dann gleich zu Holz zu Fischern werden. Oh jetzt sind das doch zwei Bären. Oh ich habe nachher keinen Lacher gebaut. Großes Zentrallager hier. Da kann dann auch gleich ein kleines Militärlacher in der Nähe. Leute müsste ich jetzt wieder hier noch haben. Ja. Noch hier noch ein Bau hier. So schnell kommen sie ja nicht hinterher mit. Abarbeiten. Militärlacher fertig. Da kommt eine Axt. Sehr gut. Noch zwei Axt-Typen. Der Rest wären Bogentypen. Müssten noch gleich nochmal neue Wikinger auf dem Himmel fallen. 34 kann ich jetzt rufen. 34 Wikinger. Ah Bogen wird aus Haut gebaut. Da hat der Jäger. Aber schon ein bisschen was. Vorbereitet. Ziehen wir hier mal. Eine Straße rüber. Vielleicht geht es dann schneller. Ah jetzt ist das das große Lara Fatsch. Das wird sich darum kümmern dass hier erstmal ein bisschen Nahrung da ist. Und dann hoffentlich werden die das ganze Zeug ran schaffen. Jetzt hier in die erstmal pennen. Wir machen das mal anders. Jetzt nehmen wir auf die Seite. Der hat nämlich noch fünf Freude dabei hier. Bogen gebaut, Bogen gebaut. Ne, doch nicht. Einer hat einen Bogen. Zwei Bögen. Na, kommt schon. Freie Bögen. Na komm, zwei Bögen noch. Die brauchen ja auch Äste für Bögen. Denke ich. Das liegt vielleicht gar nicht an der Haut, sondern daran, dass die Äste fehlen. Und die Äste waren da nämlich aktuell, vermute ich alle hier rein. Und hier liegen ein paar Äste. Ah, da kommen sie wieder nicht hin. Schnell hier hin. Holt euch den letzten Ast. Vorher weg ist. Was machen sie denn jetzt, die Blöden? Wikinger, hat er noch einen Bogen gebaut? Da hat er noch einen Bogen gebaut. Okay. Bäh. Jetzt wird es dunkel. Dann machen wir erstmal ja nichts. Im Dunkeln. Ist nämlich nur gut dunkeln. Stopp. Halt. Warum? Warum? Was macht der? Warum? Wieder einer von den Guten. Ich habe das Gefühl. Desto besser die wieder eher werden, desto dümmer werden die. Sorry, ey. Aber was macht der hier? Ja, stirbt halt. Dummes Stück Scheiße, ey. Jetzt läuft der wieder da hoch. Wacht er runter. Langeweilt sich. Da reint man erstmal gegen den Eisriesen, oder was? Was ist hier? Die haben die ganzen Wölfe gekillt. Der hat die ganzen Wölfe getötet, oder? Keine Ahnung, ey. Ähm. Was wollte ich jetzt machen? Gleich war das sauer. Die Bären müssen drauf gehen. Hier, ihr. Ihr müsst hier. Die Bären absnacken. Bäh. Das kommt noch nicht so weit raus. Attack mode initiated. Jetzt leider gerade gleichzeitig, aber. Okay, der Bär ist dann. Das ist der andere kriegt er auch noch. Und dann habe ich sie in Frankenheb, aber ja, sehr gut. Die Bären erstmal platt gemacht. Die Wölfe hat irgendwer anders platt gemacht. Da weiß ich noch nicht, wer das war. Das ist der Scheulwütter hier oben. Was, was ist denn mit dem? Kannst du mal irgendwie hier runterkommen? Ah. Das ist immer mein Fehler. Ich habe kein Kämpfeuer gebaut. Hier baut man ganz schnell noch so ein Lacherfeuer. Bei euch und wohin. Hier. Wo ist die Priorität? Baut bitte so ein Lacherfeuer. Ob die sich da ausruhen können. Na los. Kommst du aber runter ans Lacherfeuer, bitte. Da ist er noch, da ist er noch, da ist er noch Bären. Und daher. Erstmal hier als Zwischenlager, damit die wieder was fressen können. Dann hier ein Wäschchen. Mit euch und wer die ganze Nahrungsmittel abholt. Das war jetzt nicht. Komm jetzt her. Die Bären hier müssen als nächstes dran glauben. Ich hoffe mal, dass die vielleicht zu weit raus laufen. Oh ja, das geht gut. Da habe ich doch schon gesehen, wie der Kampfmode hier. Wie der Kampfmode eingeschalten wurde. Jetzt haben sie erstmal alle Hunger. Die befinden sich aber gerade nicht in Reichweite, die Bären. Aber die werden schon nochmal reinlaufen. Da ist er. Oh, zwei Fronten hier. Ich würde den Bären. Ich würde den abweg gemacht. Easy. Gut. Dann Lager hier. Ups. Ganz hier rüber. Die hohe Kleiner Weg. Mehr war ja erstmal nicht hier. Bis auf die jens fetten gehe ich nach da unten. Oder hier oben die Eisriesen. Aber sonst. So, das ist erstmal Jens Judas. Dann kommt hier erstmal noch ein Lager hin. Und noch ein großes Wohnhaus. Als nächstes. Und dann kümmern wir uns langsam um Farmen. Hier so eine Farm. Hier so eine Farm. Hier so eine Farm. Drei Farm erstmal. So, drei Farmen. Eine Mühle. Und ein Bäcker. Den Bäcker hier hoch. Und den anderen Bäcker hier hinter. Um die Nahrungsmittel ein bisschen zu verteilen. Wie immer. Packen wir ruhig erstmal hier hin. So. Das scheint zu passen. Wohnhaus kommt auch. Fischer hier in Sand. Kleine Strandpromenade hier. So. So schaut das gut aus. Ach ja. Die Ästenbären sind damit beseitigt. Das soll erstmal reichen für Heule. Wir schauen mal, dass wir hier durchkommen. Ohne all zu viele Wikinger zu verlieren. Wir sehen uns morgen. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.